Alle Einzelteile des Micro Mini befinden sich im Tragebeutel. Es sind zwei Längsrohre, ein Querbügel und eine Bespannung. Fädeln Sie die Längsrohre in die angesetzten Taschen der Bespannung ein. Achten Sie darauf, dass das Rohr aus der Rangieröffnung am Ende herausschaut. Das gibt Ihnen genug Spielraum, um das Längsrohr in die Tasche am anderen Ende der Bespannung einzuführen. Ziehen Sie nun die geschlossenen Ecken der Seitentaschen über die Rohrenden, sodass die Bespannung straff gespannt wird. Jetzt wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Längsrohr auf der anderen Seite der Bespannung. Nun können Sie den Querbügel einsetzen und auf die vorgesehenen T-Verbindungsstücke stecken. Halten Sie den Querbügel fest und ziehen Sie das Längsrohr zu sich heran. Stecken Sie das T-Verbindungsstück in den Querbügel. Jetzt ist der Reflektor einsatzbereit.